Das verlorene Schaf. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Helmut. Helmut ist ein Hirte und hat viele Schafe, um die er sich kümmert. Eines seiner Schafe heißt Giesel und ist besonders neugierig. Eines Tages kommt Helmut jeden Morgen zu seinen Schafen, um ihnen frisches Wasser zu bringen. Doch irgendetwas stimmt heute nicht. Gisela ist verschwunden. Helmut sucht sie überall. Auch die anderen Schafe haben keine Ahnung, wo sie sein könnte. Da verlässt Helmut die anderen Schafe und sucht Gisela. Er fragt überall nach, ob jemand Gisela gesehen hat. Manche Leute können ihm weiterhelfen. Nach langem Suchen findet er Gisela schließlich. Da freut sich Helmut, nimmt Gisela auf seine Schultern und trägt sie den ganzen langen Weg zurück nach Hause. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Leuten, die ihm zuhörten, zu zeigen, wie sehr sich Gott darüber freut, wenn jemand zu ihm zurückkommt. Weil es sogar die vielen Schafe, die ihn gerade nicht brauchen, allein, um das eine Verlorene zu suchen und zurückzubringen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!